Hallo, ich bin Max. Hi Max, schön dich kennenzulernen. Ich bin Aska. Wo hast du denn die ganzen tollen Handwerksprodukte her? Die habe ich von Alpha. Von den Produkten bin ich echt begeistert. Sie haben eine sehr gute Qualität, sind schnell lieferbar und preislich unschlagbar. Das hört sich ja klasse an. Ich kann dich ganz einfach als Kunden werben. Dafür öffne ich die Alpha App, gehe auf mein Kundenkonto und kann dich unter dem Button Handwerker wird Handwerker werben. Am einfachsten geht das Teilen über den QR-Code. Diesen kannst du dir einfach mit deinem Handy abscannen und dir ein Kundenkonto erstellen. Dann erstelle ich mir doch direkt ein Kundenkonto bei der Alpha. Für den Newsletter kannst du dich auch gleich anmelden. Dann bekommst du immer alle tollen Aktionen von Alpha mit. Ey, danke für den Tipp. Das ging ja einfach. Jetzt bist du auch ein Alphatier. Endlich. Und wow, ich habe einen 25 Euro Gutschein und ein Jahr Alpha Plus gratis erhalten. Genau. Und da ich dich geworben habe, erhalte ich ein Jahr Alpha Plus gratis und einen 50 Euro Gutschein obendrauf. Und da ich mit, da ich mich noch ein paar Minuten gedrückt. Und da ich mich noch ein paar Minuten drüber und wenn du noch ein paar Minuten drüber, dann kannst du ja noch ein paar Minuten mit den anderen Tummen drauf. Auf Wiedersehen.